Teller ist leer. Boah, ich hab, ich hab ein bisschen Angst vor dem Stream, ne? Nochmal kurz für alle Volllappen, die keinen Schimmer haben, wie ich. Deltarune ist ein Spiel, welches im Undertale-Universum spielt, beziehungsweise halt zur Undertale-Reihe gehört. Er ist der Nachfolger davon, also es kam erst Undertale, dann kam Deltarune Chapter 1 und jetzt vor einiger Zeit kam Deltarune Chapter 2 raus. Das Ganze ist tatsächlich Free-to-Play, was ich geisteskrank finde, was ich richtig, was ich richtig heavy finde. Ich spiele die Nintendo Switch-Version, ich habe keine Ahnung von diesem Spiel, so 0,0. Ich habe wirklich keinen Schimmer hiervon. Der Chat wird sehr emotional sein. Also stellt euch schon mal darauf ein, das war bei Undertale genau das gleiche. Als ich Undertale gespielt habe, ist der Chat auch komplett eskaliert, sobald ich irgendwas nicht getan habe. Der Chat wollte, dass ich es tue. Das wird hier genauso sein. Das heißt, wenn mir der Chat zu emotional geladen wird und zu eskalativ, dann werde ich einfach mal ein bisschen weniger in den Chat gucken, weil ich möchte mir nicht meine erste Erfahrung mit Deltarune durch einen energiegeladenen Chat versauen lassen. Ich habe es mir hier geholt, Freunde. Gerade eben, frisch runtergeladen aus dem eShop, Deltarune Chapter 1 und 2 ist da, glaube ich, auch dabei. Also ich glaube, das war beides. This program is intended for players who are already familiar with Undertale. Ich habe Undertale bereits gespielt. Alle drei Streams gibt es auch auf YouTube. Would you like to start from Chapter 1? Yes. Bist du da? Are we connected? We may begin. Chris, if you do not wake up, we will be late for school. I will wait the time for you, alright? Oh, jetzt sehen wir gleich, wie wir aussehen. Ist es etwa Chris Tarune? Sieht so sein Zimmer aus, wo er immer legendäre Videos erstellt. Alter, wir sehen gar nicht gut aus. Uh, Spiegelbild. Nur du. Tür ist abgesperrt. Na dann, stepp mir mal runter. Damn, wir gehen jetzt in die Schule, oder was? So, does everyone have a... Lol, Alter, wie die ganzen Charaktere hier. Oh, Chris. We thought you weren't coming today. We're doing group projects this month. So, walk around and find a partner, okay? Eifers wurde voll geliebt in Undertale. Ich fand den super nervig. Ich fand den richtig nervig. Miss Eifers, is it okay if we have a group of three? Hey, what? No, I do not approve this. Abort. What? But Chris doesn't have a... Well, what were you saying? You were just saying we're fine being alone. Chili, I just wanted to know it. Well, can you please pick up? Oh, where's das denn? Hi, Susie. Am I late? Oh, no. You're fine. We're just choosing partners for the next group project. And Susie, you're with Chris. Great. Dude, we're with the coolen. Or with the coolen. No, Susie, right? We're just with the coolen out of the class together. Dude, now the bums is running. Now that everyone's here, I'll write the assignment. How about this? If no one speaks up? Everyone gets in trouble. Eifers can't really get through. Anyone? Please? Hey, there might be a box in the supply closet. Is Eifers what I want to say? Susie and I? Good idea. Noelle's Susie, since you came in last. Why don't you go and get it for me? Whatever. Do you have a zugefeuert? Chris. Hey. Let me tell you a secret. Why do people piss me off? You think just cause you don't say anything, I can't tell exactly what you're thinking? It's over. I caught Susie eating all the chalk. This was her last chance. Now she'll finally be expelled. Come on, Chris. Don't act shocked. You know it's true. Everyone is waiting for it. Everyone wants it. So congrats, Chris. You got me. I'm done for. Just let me say one little thing. Seems like a waste to get expelled just for having a snack. So, Chris, if I know you're gonna pull the trigger... Why don't I just get it expelled for some real carnage? Chris, how do you feel? What the hell? Allas Gesicht Einfach von ihr... About losing your face. Okay. Was zum Bums? Nah. Hey, Chris. Is it me or is it really dark in there? What's the hold up, Chris? Are you gonna go in there or what? Is it like a fucking parallel world or so? Fine. If you're gonna be a wimp, then I'll... We'll both go in at the same time. Ja, sie war eigentlich vor uns. See, why are you so scared? There's nothing in here but old papers. Let's try to find a light switch. Genau, der light switch ist bestimmt da hinten und nicht neben der Tür. Er sitzt further in. Kind of big of a closet, huh? You'd think we'd have reached the end by now. Das ist einig, mich voll anan, ja. Hey, Chris. I think this closet's broken. There aren't any walls. Well, we've worked hard enough. If Alphys wants the shark so bad, she can get it in herself. Let's split. Die Türgäteritz zu... What the... Hey, this isn't funny. Let us out. Let us... The floor is... Are we fusioniert? Mit Susie? Haben wir High Heels an? Das klingt einfach, als ob wir High Heels tragen würden. Times, the seat flickering. The light only you can see. Second nature, you reach out and... Ah! Okay, das ist ein Speicherpunkt. Wir sind nach Level 1. Du siehst anders aus, als die anderen. Oh, shit. Wir haben gerade Leben verloren. The pain had melted... You had melted away. Ah, okay, wir wurden geheilt. Ist das bei jedem Checkpoint so, dass ich geheilt werde? Kann ich gegen die kämpfen? Oder so? Oh, ich hab's kap... Ich kann die kaputt machen. B-B-B-Back off! Come in den Klausender! Das ist Susie, oder? Chris? Huh! Hey, don't scare me like that, dumbass! Unless you want to get clocked in the face, huh? Anyway, enough screwing around. We gotta find a way out of here. Ist denen irgendwie nicht aufgefallen, dass die komplett anders aussehen? Die schießen auf uns, oder? Ja. Run, Chris! Oh, damn! Oh, damn! Sind das quasi die Kämpfe in dem Spiel? I like! Das war nicht schon an, so viel Englisch zu reden. Welcome. I'm the Prince of this Kingdom. The Kingdom of Darkness. Chris, Susie. There's a legend in this land. A legend that one day two heroes of light will arrive and fulfill the ancient prophecy foretold by time and space. Please, heroes, listen to my tale. Das ist auch die typische Geschichte von allem. Also, wir sind hier im Königreich, wo alles kacke ist. Aber die Legende besagt, es kommen mal welche und die retten uns. Anyway, Chris, if you wanna play pretend with this weirdo, stick around. Oh, wir battlen! Oh, boy! Okay. Also, wir können mit Chris und Susie spielen. Und wir kämpfen gegen Lance. Wir können angreifen, hacken, ein Item einsetzen, schonen und verteidigen. Oh, das war ein Volltreffer. Oh, er ist weg. Ich hab keine Erfahrung bekommen. Warum? Aber ich hab 31 Dollar bekommen. Äh, allow mich to introduce myself more properly. I am. Jeez, can you take off that hood? I can barely hear you under there. Äh, alrighty. Hello, everyone. I'm Ralsei. Susie, it's... It was so wonderful to meet you. I'm certain we're going to become great friends. And... Best way to leave this east ride, right? Yes, that's where we'll... See you at school, Chris. What the hell? Ralsei cast pacifist. Great, Chris. We would have won the battle by now. Now I have just a little more to teach you. Acting. Through this, even the most violent enemies can be defeated through various acts of kindness. Chris, though it's just a dummy, why not give it a hug? Dann haken wir es doch mal. Wir umarmen ihn. Du haken Ralsei. Chris, uh, I don't think, uh, this is what you're supposed to be doing, but... Das ist süß. Oh, that was fun. You're a wonderful student, Chris. And in case you ever need a refresher eye. Here, I wrote a menu for you and Susie. X zum öffnen und dann in your items, okay. We'll have ne Anleitung bekommen. Stabil. With the door closed behind you, your adventure will truly begin. The power of adventure shines. Zum Schein! Reading the treasure chest, inside was a white ribbon. That ribbon is armor, Chris. It increases defense. Why don't you try wearing it? Oh, nice. We have Ausrüstung gefunden. Hey, bro, du siehst chillig aus. Hey, welcome. Äh, was hast du so? Okay, heilt 70 HP. Ooh, armor. Weapon. No, I don't need a weapon. I don't need a weapon. Because I don't fight. I buy this armor and give it to Ralsai. You really think you know how to be scary? Well, I... Wrong. Wanna be the tough guy, it's like you really piss me off. Face it! It was no scary, if I... If it picked you up and bit your face off. That's not true. Oh, really? Well, start with the part where your face gets bit off. Ahaha! Okay, I get it. Thank you, Papa Girl. Thanks. It was kind of you. You teach me how to be scary with an evil laugh. I wasn't. And now? You're going to be trashed. Ahaha! Merry Chris. Merry Chris. What the fuck? I don't... Does your team have an official name or something? Oh, Chris. We should come up with a name. No, we shouldn't. Then it's decided. Everyone puts a name. What? All right. Everyone's put in their entries. Blue person. You can choose. Since you look like you don't care. Lancer labeled paper. Okay, Lancer labeled paper. You take the paper with Lancer written on the outside. You open it up. On the inside, it also says Lancer. Wow. Who did that one? It's really good. Ahaha! Well, well. I'm the smith Mellius. I can fix anything. Weapon armor. I can even fix you. Well, well. What will it be? Ah, fix us. It's probably healing, right? But your body is a weapon, too. You must take care of it from time to time. Let's see my technique. Hey, idiots. Can you shut up? I'm trying to concentrate. Susie, where are you? I don't know. Prison? Seriously, though. I'm out of my cell. I sweet-talked the warden into giving me the keys. Susie, really? How? Did he really get the wache? Yeah, he's been pruned, right? Yeah. I invited him to visit the trash can. Understand? They have to stay in their cells. The lighteners can't be allowed to escape. Especially the purple one. Lancer? Susie? What are you doing here? Lancer, Chris and Russ are still locked up. Oh, no. I... I was the one who told my troops to put you down here. To keep you down here. Wherever. Lancer, you... You... You wanted to get rid of us? I thought we were a team. I can explain, Susie. Nah. It's fine. It's fine, actually. You don't have to say anything. I get it. I get it, you know? Why would anyone really want to be my friend anyway? Susie, that's not... Shut up. But... Shut up! Get out of my way. Did you hear me? Get out of my way! No. And I tried to warn you. So, don't expect me to feel guilty. When they have to clean you off the floor. What? Hey, wanna see what happens to traitors? Ich kann nur prügeln. Okay. Wir müssen jetzt Lancer töten. They get crushed. Wir müssen einfach nur überleben, oder? Oh, mein Gott. Der hat den Kopf voll gedankt. Der tut mir mir vor leid. Hey, you think I care if you just wanna lie down and die? Just making it easier for me. Nooo! Alright, that's enough. If you wanna die so much, die! Miss? Uh, I... I don't wanna kill you, man. Just move, please. Susie, if I let you guys go, then you go and my dad will fight and... You kill each other. At least if you stay here. Neither of you will get hurt. Then I... I won't kill him. Promise. Me and him will just... Fuck it out. Peaceful style, you know? Oh, lol. Aber die hat so viele Minusleben. Hey, wie soll man der Attacke entkommen? Ich check das nicht. Okay, wir leben wieder. Das heißt, ich kann jetzt auf jeden Fall hypnotisieren machen. Mist. Koten. Scheiße. Ah, down. Das suckt. Ja, moin! Okay. Das ist so insane. Das Attackmuster ist so insane. Würde Ralsay jetzt leben, hättest du's geschafft. Ich kann nichts machen. Ich hab Ralsay nicht. Wow. Das ist sehr frustrierend. Ich hör auf für heute. Ah, ich hör auf für heute, Freunde. Das ist zu frustrierend. Ah, nee. Da würde ich jetzt zu lange sitzen. Das ist zu frustrierend. Da würde ich jetzt noch stundenlang dran sitzen. Und ich hab echt noch viel zu tun, guys. Shit. Ah, damn. Aber dann würde ich sagen, war das unser erster Deltarune-Stream. Ich finde, es ist ein bisschen langweilig gestartet. Es war wirklich viel Text. Und es ist halt gameplaymäßig quasi noch nichts passiert so wirklich. Außer jetzt der Fall. Der hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben das nächste Mal, glaube ich, kriegen wir das auch hin. In diesem Sinne, Freunde, danke fürs Dabeisein. Bis morgen, Freunde.